Lärch und Partner, ihr Generalunternehmer von Winterthur. Heute mit dem Immotiv. Wir sind heute in Uster und hinter mir wird schon fleissig gebaut. Bei mir ist Laura Garcia von der CSL Immobilie. Was entsteht da ganz genau? Da entsteht das Neubauprojekt Schlossblick. Das wird ein Mehrfamilienhaus mit total sieben Eigentumswohnungen. Und von diesen sieben Wohnungen sind aktuell nur noch drei Wohnungen, die man kaufen kann. Was sind denn das für drei Wohnungen, die jetzt noch frei sind? Es ist eine Viererhalbzimmerwohnung, die über zwei Stockwerke geht mit einem grossen Garten. Diese Wohnung hat auch eine Eilegerwohnung. Man könnte also auch fünf Halbzimmer daraus machen. Im Obergeschoss hat es eine Dreierhalbzimmerwohnung, die man noch kaufen kann. Und eine Attica-Wohnung mit zweierhalb Zimmern, mit einer wunderschönen Terrasse und einem Ausblick Richtung Westen. Was wird denn der zukünftige Besitzer dieser Wohnungen botten? Es wird Ihnen ein Neubauprojekt nach dem modernsten Standard botten. Das Gebäude wird eine Photovoltaikanlage haben. Parkplätze werden vorbereitet sein, dass man sie mit Ladestationen aufrüsten kann. Und Wohnungen selber werden eine Smart Home-Technologie eingebaut haben, mit der man diverse Steuerungen aus der Ferne vorne kann. Und wie wird der Innenausbau aussehen? Es wird ein sehr hochwertiger Innenausbau sein, wo die künftigen Käufer auch noch selber werden können mitbestimmen. Dafür sind grosszügige Budgets angedacht für Küche, Bäder und Böden, sodass man sich dann auch wirklich das eigene Traumreich erschaffen kann. Wir sind ja hier eben zu Uster. Was hat Uster zu bieten? Uster hat eine sehr gute Infrastruktur. Es bietet vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, natürlich die Nähe zum See, was besonders attraktiv ist. Und die guten neuen Fahrverbindungen auch zu der Stadt Zürich. Wenn man jetzt da Interesse gefangen hat, wo kann man sich da melden? Ja, am besten man meldet sich bei uns, bei den CSL Immobilien, und zwar so bald wie möglich. Denn je weiter der Bau vorgeschritten ist, desto weniger grosse Möglichkeiten für Veränderungen. Und am besten besprechen wir es weiter vorzugehen bei einem persönlichen Termin. In einem von den schönsten Quartieren von Uster entstehen insgesamt sieben Eigentumswohnungen, die höchsten Wohngenuss versprechen. Nur noch drei zweieinhalb bis viereinhalb Zimmer Eigentumswohnungen von diesen sieben sind aber noch verfügbar. Was alle Wohnungen gemeinsam haben, sind die grosszügig geschnittenen, helle Grundrisse, die ein einzigartiges Wohngefühl schaffen. Schöne Küchen mit High-End-Küchengeräten, Einbauschränke in den Schlafzimmer, gehobene Böden und moderne Bäder. Uster ist dazu noch eine Wohnstadt am Wasser mit Schulen, Kindergarten, Einkaufs- und Einkürmöglichkeiten mit Begegnungskultur. Melden Sie sich jetzt und verschaffen Sie sich einen Vorsprung im Kauf von Ihrem Wohntraum. Weitere spannende Wohnprojekte finden Sie unter www.immobilientraum.info Wir schaffen Raum für Ihre persönliche Entfaltung.